Und für den neuen Bundesverteidigungsminister, der uns aus Berlin zugeschaltet ist, guten Abend, Herr Pistorius. Guten Abend, Frau Slomka. Ja, war es ein Tag, kaum ernannt, die Urkunde in der Hand, dann das Treffen mit dem mächtigsten Amtskollegen Austin. Wie ist das Gespräch denn verlaufen? Haben Sie den Eindruck, da bahnt sich jetzt eine Entscheidung an? Stichwort Kampfpanzer. Es könnte sein, in der Tat, das Gespräch war sehr offen und erfreulich. Wir haben uns sehr gut verstanden auf Anhieb und wir haben uns vorgenommen, uns regelmäßig auszutauschen. Ich glaube, das ist auch wichtig in diesen Zeiten, einen engen Draht zu pflegen. Entscheidungen sind heute nicht gefallen, die werden an anderer Stelle getroffen. Aber wir haben über alle Fragen der transatlantischen Zusammenarbeit gesprochen und das war wichtig und notwendig, nicht nur in Bezug auf die Ukraine. Sie sagten gerade, das könnte sein, also wurde auch über Abrams und Leopard zwei oder eins gesprochen? Wir haben über all diese Fragen im vertraulichen Gespräch natürlich gesprochen, aber im Wesentlichen im Rahmen eines Austausches und einem Austausch der Position. Die Gespräche laufen auf anderer Ebene. Es wird sich morgen, vielleicht bis morgen herausstellen, welche Lösung es gibt. Aber ich bleibe dabei, wenn ich das sagen darf. Wir sind sehr gut gefahren als Bundesrepublik Deutschland und als Bündnispartner in den letzten zwölf Monaten, dass die großen, wichtigen Entscheidungen zur Unterstützung der Ukraine immer im transatlantischen Schulterschluss getroffen worden sind. Und ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum man davon ausgerechnet jetzt, wenn es um einen der größten und hochgerüstetsten Kampfpanzer wie den Leopard zwei geht, anders sein sollte. Deswegen ist hier ein konzertiertes Vorgehen ganz, ganz wichtig. Aber eine Einheit innerhalb der Europäer wäre doch auch wichtig. Jetzt sieht es so aus, die Briten liefern Kampfpanzer, die fragen erst gar nicht mehr. Die Polen und die Finnen sagen, wir wollen unsere Leoparden liefern. Die Deutschen müssen jetzt bitte Ja sagen. Nun gibt es heute auch noch diese Tallinn-Initiative, wo sich Großbritannien, Estland, die Balken, Polen und die Niederländer an die Spitze gesetzt haben. Und Deutschland steht irgendwie daneben. Den Eindruck habe ich nicht. Der Eindruck wird erweckt in der Tat. Aber tatsächlich ist es so, dass Deutschland zusammen mit Großbritannien nach den USA der größte Unterstützer der Ukraine in diesem furchtbaren Krieg ist. Und in dieser Rolle sehen wir uns tatsächlich auch für die Zukunft. Aber das heißt nicht, dass man jede Entscheidung auch im Alleingang treffen muss. Bündnisverpflichtung heißt eben auch, dass ein Bündnis zusammenstehen muss und Entscheidungen gemeinsam treffen muss und gemeinsame Leistungen erbringen muss. Und um solche Fragen muss es dann eben auch gehen. Und wenn das dann ein paar Tage dauert, dann ist das so. Aber von Alleingang kann doch gar keine Rede mehr sein. Der Alleingang besteht doch jetzt eher darin, dass die Deutschen blockieren, was andere liefern wollen. Wir blockieren zunächst mal nicht. Wir sagen, man kann über alles reden, aber wir wollen den transatlantischen Schulterschluss. Das ist keine Blockade, das ist der Weg zu einem gemeinsamen Ziel. Das heißt, da geht es vor allem um die USA. Warum ist es dem Kanzler, warum ist es dann jetzt künftig auch Ihnen als Verteidigungsminister so wichtig, dass die Amerikaner da auch Kampfpanzer liefern, dass die mit im Boot sitzen? Weil Sie die Sorge haben, dass sich Russland sonst vielleicht allein an Deutschland rächen würde? Was heißt allein an Deutschland? Es geht um die Europäische Union, es geht um Mitteleuropa. Großbritannien und Frankreich sind atomare Mächte, Deutschland nicht. Es geht schlicht darum, dass wir die Sicherheit in der Balance halten. Sowohl der Kanzler als auch ich heute haben einen Eid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Das ist unser Auftrag. Gleichzeitig haben wir eine Bündnisverpflichtung und beides in Einklang zu bringen. Das ist unsere Pflicht und das tun wir mit voller Überzeugung. Aber wenn Sie gerade darauf hinweisen, dass Deutschland keine Atommacht ist, heißt das, der Kanzler vertraut nicht auf die NATO-Strukturen, sondern er will, dass die Amerikaner auf jeden Fall auch Abrams liefern, obwohl die das eigentlich gar nicht wollen, um sagen zu können, hallo Leute, wir machen das alle gemeinsam? Frau Sönger, nein, das habe ich weder gesagt noch gemeint. Um Gottes Willen, der weder der Kanzler noch ich stellen die Bündnisverpflichtung, die Einhaltung der Bündnisverpflichtung und die bündnistreuen Freiheit. Aber Sie wissen, dass das schon diskutiert wird aufgrund dieses Jungtims, ne? Ja, das kann sein, aber da muss ich dann denjenigen, die das tun, auch umgekehrt unterstellen, dass das vielleicht nicht ganz rein Gewissens passiert, denn jeder weiß, dass das nicht der Fall ist. Die entscheidende Frage ist doch, machen wir sowas alleine als Europäer, als ein Teil von Europa womöglich nur oder machen wir es im Schulterschluss mit den Amerikanern, was immer das bedeutet dann im Schulterschluss. Aber die Amerikaner außen vor zu lassen als den größten Bündnispartner hielte ich in dieser Frage eben auch für falsch. Aber was heißt denn außen vor? Die Amerikaner liefern jede Menge. Eventuell werden sie heute Abend oder morgen verkünden, dass sie auch ein neues Waffensystem an die Ukraine liefern. Präzisionsbomben mit 150 Kilometer Reichweite. Das wäre ein echter Game Changer. In zwei Hörsensfalle mindestens so wichtig wie die Kampfpanzer. Also es ist ja nicht so, als müsste man die Amerikaner jetzt noch über diese Abrams unbedingt ins Boot holen. Und es muss doch nicht jeder dasselbe liefern, sondern die, die am besten was liefern können, liefern, oder? Ja, das stimmt. Aber wir reden über einen Kampfpanzer wie den Leopard 2, der einer der besten und auch offensivtauglichsten ist, den es gibt. Und demzufolge ist es eben mit Vorsicht zu genießen, ihn jetzt einfach so rauszugeben. Wir sind uns darüber im Klaren, dass er eine wichtige Rolle spielen kann. Aber eben nicht nur er. Und ich wiederhole mich, die transatlantische Vereinbarung, die transatlantische Zusammenarbeit hat einen eigenen Stellenwert. Ich bin ziemlich sicher, es wird sehr bald zu einer Lösung kommen. Sie sagten, die Ukraine, also noch jetzt, bevor Sie dieses Amt angetreten sind, die Ukraine muss gewinnen. Das muss man ja dann auch definieren. Für die Ukraine bedeutet Gewinn nicht, dass die Dinge jetzt so bleiben, wie sie sind, sondern sie wollen ihr Territorium zurückerobern. Und sehen wir bei allem, was jetzt schon geliefert wurde, gerade im Osten, gerade dabei der Bachmut, das sind grauenhaft Abnutzungs- und Stellungskriege. Und um diese zu durchbrechen, bräuchte es das Gefecht der verbundenen Waffen, also auch mit Kampfpanzern. Die gehören damit dazu, sagen Militärs. Kann es sein, dass die deutsche Bundesregierung das bislang gar nicht will, eben weil sie fürchtet, dass Putin dann was immer auch macht, wenn er dann so ins Hintertreffen käme? Ich kann das definitiv verneinen. Das ist nicht die Sorge der Bundesregierung. Uns geht es darum, ich kann das nur wiederholen, dass wir die Ukraine unterstützen, wo immer wir können. Niemand schließt aus, dass Leopard-Panzer geliefert werden können oder dass die Genehmigung, die Zustimmung zu der Lieferung anderer europäischer Partner erteilt werden kann. Aber bis dahin sind noch nicht alle Fragen beantwortet und das passiert gegenwärtig. Es ist aber interessant, dass Sie sagen, niemand schließt aus. Bisher war das schon ziemlich ausgeschlossen. Das ist mein Bild nicht. Es ist nur gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es ist keine dauerhafte, nach meinem Kenntnisstand, kein dauerhafter Ausschluss einer solchen Möglichkeit erfolgt. Das ist mein Kenntnisstand jedenfalls nicht. Wie bewerten Sie denn, dass die Polen sagen, naja, wenn die Deutschen sich nicht bewegen, sinngemäß, dann liefern wir halt, was wir wollen, dann machen wir das auch ohne Zustimmung? Das wäre eine Entscheidung der polnischen Regierung, die ich dann kommentieren würde, wenn sie eintrete. Tatsache ist aber, es gibt bis heute keinen Antrag, meines Wissens jedenfalls, auf Erteilung einer solchen Exportgenehmigung. Das ist mein Stand von heute Morgen. Das ist natürlich ein bisschen formalistisch. Gesagt haben Sie es öffentlich ja nun immer wieder und ausdrücklich. Ja, gut. Aber wie gesagt, die Polen sagen, sie machen es ohne Genehmigung. Dann wird man das kommentieren, wenn es passiert. Ich hielte das nicht für besonders bündnisfreundlich. Aber das sind dann halt Dinge, die passieren. Dafür leben wir in Zeiten, in denen es eben wirklich unruhig ist und der eine oder andere dann eben auch seine Rolle anders definiert. Herr Pistos, ich fasse nochmal zusammen. Wir können damit rechnen, dass morgen in Rammstein doch Entscheidendes verkündet wird. Kann ich das so mitnehmen? Und unsere Zuschauer? Ich hoffe darauf. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Slomka. Vielen Dank. Vielen Dank.